Hallo und Willkommen zurück bei Let's Play Seagull of Mana. Ähm, ich finde Lucy ist ein bisschen gestört gerade. Ja, wir freuen uns über sie. Und wir waren letztes Mal in den schönen Zwergendorf gelandet. Ähm, ich habe jetzt irgendwie gedacht, so naja, wir leveln erstmal und sowas. Mal gucken, wie es alles wird. Weil ihr wisst ja noch nicht, was jetzt abgeht denn gleich. Ähm, ich weiß es. Also wird Stark-Assad levelnieren. Sie sind einfach klasse. Und so lange diese Viecher hier da sind, können wir auch schon levelnieren. Die Bioclots sind natürlich richtig enkelhaft, die wir dich überhaupt nicht haben. Ihr Viecher, ihr könnt euch mal verpissen. Verpisst euch, ihr Kack-Filo. Ich fühl die Hand gedroht. Ich fühl die Hand gedroht. Ah, verdammte Scheiße. Kugadorn sind total kacke. Lass mich durch, ihr Kack-Mistviecher. Ich hasse die Plops. Ich hasse sie wie die Pls. Hau auch. Naja, ich hau auch. Ähm, ihr seht gerade, ich bin total nicht geeignet für diese Eglas von Plops. Dann würd ich erst mal sagen, machen wir die Story weiter. Machen wir die Pantan. Weil ich hab keinen Bock gegen diese kacken Mistviecher zu leveln. Das wird schon eventuell ausgebildet. Ich werde mal machen irgendwann mal. Aber jetzt, äh, wird nicht die Story weiter fehlen lieber. So. So, du Kackatsuiak. Ja. Wirklich schnell hinlanzig lassen. So. Na nein. Wir haben ja schon das letzte Mal gespeichert. Damit hat es eh nie zu uns eingebracht. Ich will jetzt sagen, machen wir mit der Hauptstory weiter. Gehen wir jetzt mal als Netzwerke, um zu fragen, ob wir hier das bekommen. Hey, kann ich helfen? Ähm. Verkaufst du zufällig Schwerte? Oh, ja. Holy shit. Ähm. Vielleicht vielleicht etwas besser ist zu nennen. Äh, ich würde sagen, kaufen wir jetzt auch einen Eisenhelm. Ähm. Ich brauche schon ein Armband. Das ist kraftbar. Ich brauche auch, ne? Was haben wir hier? Konzerkette, ne? Ähm, dann kauf ich mir noch... ...und... ...und das... ...und das... ...so... ...was warst du? Mist-Zwerg? So, auf Wiedersehen. Erstmal ist das ein Laden raus. Ähm, dann zeig mal, was wir geboten haben. Okay. Ah, verdammt. Da bräuchten wir erst ein paar Level, glaub ich. Ah, verdammt. Ich merke gerade, wir haben Körstühle. Auch das ist auch nicht gewollt. Okay, geben wir erst mal diesen Zwerg hin. Obwohl, wir müssen leveln. Ich finde, wir müssen leveln. Unbedingt. Weil, äh, ihr wisst noch nicht, was von der Shade wird. Und ich will das auch bei euch noch ein bisschen vorhalten. Aber gegen diese Kack-Bioschleime, die ich glaub, wir kämpfen. Das ist Kack-Bioschleime. Das ist Kack-Bioschleime. Na, fein gemacht. Ich frau mir. Hier, könnte es nicht schön geknechtet werden. Ja, der wäre doch tot. Ähm... Können wir hier... Diese Floddermäuse kaputt machen. Komm, Lucy, greif doch mal an. Genau, so ist es fein. Naja, hier war der Knopf, oder? Ja, genau. Au. Verkackte Mist-Titel. Nein. Weg hier, Lucy. Ich mach ja so diese Floddermäuse. Au. Wie kommt der mich auf die Floddermäuse? Vergesst es, ich bin aber nicht dran. Wieviel Geld geben die eigentlich? Die Floddermäuse? Ich hab jetzt, äh... Ich hab jetzt, äh... Nein. Wieviel? Doch da unten. 300. 80 GM. Nein. Oh, verdammt. Scheiße. Ja, mach ein Blatt bevor er lebt. Hm. Zurück bleiben die Mist-Viecher. Die Knechte. Ja, genau, so ist es richtig. So ist es fein. Diese Knechte erledigen. Ja. Wieviel hat der Plop-Karte gegeben? Ui! Der hat uns sehr viel Geld gegeben. Der haben wir doch noch ein bisschen Knechten hier. Aber naja. Wie viel haben die Geben? Naja. Ich glaube es gibt mehr. Merkt man auch, die sind auch schwerer. Oh, oh, oh. Da sind sie schon wieder. Die Mist-Viecher. Ich hasse auch die. Ihr Mist geworden. Ich muss definitiv noch stärker werden. Anweschtet euch und euch ein Streichstreifen angetötet. Ja. So sag ich mal, ist der Block ganz gut für Siegen. Ich habe einen Kumpan geschlagen. Lucy macht sie auch nicht. Sie hat dann aber noch nie mehr gekriegt, aber sonst müssen sie so ein Ding auf der Koppeln. Ich könnte noch mehr haben. Die Kledermöse zum Beispiel. Nein. Mach sie fertig, Lucy. Äh, ja. Mach ich sie fertig. Kommt her, du Misty. Denn ihre Ernstattacke ist wirklich nur eigentlich nur gezielt. Oh. Denn ihre Ernstattacke ist nur eigentlich ihre Benebelung. Die ist am nervigsten von denen. Komm her, Misty. Ich hab die Hitler. So. Dich auch, du Misty. Oh. Oh, es ist noch geweckt. Oh. Aber nur 6. Wunder bezogen. Wow. Was ist das? Der war Erfolg. Best. Ähm. Gucken wir mal, ob man es zwar jetzt anziehen kann. Nein. Wieso? Das ist ja ein Signum aus dem Programm. Egal. 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 Boah, dieser Mugg schlufen wir. Ja, okay. Ich würde sagen, wir rennen ein paar Mal durch und dann müssen wir gucken, wie wir aufgestiegen sind. Ich bin schon ein bisschen zufrieden, was wir wieder bekommen haben. Wir brauchen auch sehr viel Knetern für die Waffen und so, dann macht alles perfekt. Ich würde sagen, leveln wir erstmal hier den Port und so aus. Also wenn ihr den Port hier... Ich werde mal gucken, ob ich bestimmt so mache, dass ich nur level hier. Weil wenn ich so mache, dann schreibe ich jetzt in meine gute Beschreibung und dann könnt ihr jetzt noch springen. Das ist ganz gut. Aber sonst würde ich eigentlich durchziehen, dass ich hier dann gleich auf mache. Aaaaaaah. Diese verdammt keine Rämmer. Und ja, sie können auch was abziehen. Ach was, sie müssen wir mal... Da drüben ist gleich der Bio-Schneid wieder. Misch, wir sind durch gerade ja hingegangen. Glocken, wir sind jetzt in der Waffen-Kennung. Da können wir hier nicht in der Waffen-Kennung. Und dann wei? Schöne, die sind auch in der Waffen-Kennung. Aber ich habe auch in der Waffen-Kennung. Schöne, wir sind auch in der Waffen-Kennung. Nein! Verdammte Kacke! Sorry, ich flug, aber manchmal kann der Barion echt ragen. Ich glaube, wenn ich eine Liste hätte mit den nervigsten Gegnern, würde ich sie mit auch noch draus setzen, weil sie einfach nur Kacke sind, diese Mistviecher. Die sind einfach nur so idiotisch, blöd zu besiegen. Wo willst du noch was wegstecken? Ich bin nur gestiegen hier. Oh, mir kommt der nicht zu weiblich. So, Mistviecher. Shoujo Nuss. Es gibt auch einen kleinen Trick, die Dings besiegen hier. Die Blocks, aber der hat da verkackt. Komm her! Nein, verdammt! Der ist richtig missglückt, der kackt kriegt. Nein, Lucy halte ich schon den Blocks fern. Die sind sehr böse. Komm! Nein! Wer ist denn der Koblenz? Einer hat's nicht kaputt gemacht. Der zweite folgt zugleich. Und weil der sich schon wieder teilt, dieses Mistviech. Hat's aber auch geschafft. Nein! Wie ich euch hasse, ihr Kackviecher! So! Mmmh! Dann ploppen die auch noch so weg hier. Ich glaube, die gehen auch nicht mit dem schwarzen Kack zu besiegen. Ich glaube, das ist immer wieder lang so oder so. Besser. Ich werde dich, Lucy. Du bist ja blobsmös ekelhaft, dass du das die Welt herverbracht hast. Und... Oh, ich glaube, ich muss mal später ins Team-Game. Ich glaube, es ist hier noch nicht so, dass ich viel in die B's lieben bin. Nein! Verdammte! Kacke! Oh! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Ich sterbe! Ich sterbe! Verdammt! Oh! Ein Lebenspunkt! Angehalten! Das nenne ich mal Skill! Ähm... Ich speichere erstmal wieder. Ich glaube, er popst dann auch gleich viel vorbei. Ähm... Ich habe ja gar nicht so viel geschafft, der mir nach Schmach entstecken muss. Schalt über mich! Ähm... Ja... Eine Nacht mit mir kostet 15 Game, willst du bleiben? Gerne doch, du kleines Fassartes, du Luder! Gerne doch, du kleines Fassartes, du Luder! Ja... Kenn ich mich einfach noch unten, ne? Neben dem Bett... Äh... Ja... Ja... So kannst du jetzt auch im Bett gefangen sein? Nein! Ja! Ich wollte gerade nicht speichern, weil das so auszuhalten, die sich im Bett verhangen. Auf einen neuen Spielstand. Also, bis später, Leute. Wir sehen uns wieder mal. Tschüssi!